Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video, meine Freunde, jetzt rauskommt Sushido, die Story von Kongo, meine Freunde, ihr wisst doch, mein Schatz, man, wo der gute alte Hexemais da einfach sagt, er hat gehasst, man, du hast Keul und Fahrrad gehasst, man hat sich nur ausgenutzt wegen Hype, man, was ist das ehrenlos, Junge, was steht bei dir, die Sushido, man, was ist los bei dir, hast du damals mit deinem komischen Sony Black Album gefeatured, obwohl du das gehasst hast, man, du tust alles nicht für Erfolg, Sushido, man, ich weiß, du kannst deine Denkweise nicht ändern, aber was ist los, man, was holt der Scheiß, man, die Jungs haben mega Talent, guck mal, hab ich auch gesagt, 2008, 2009, die Jungs werden rasiert, man, und was machst du, du nimmst den nur als Zweckfeature, man, der hat dich überholt, weil ich hab 33 Jahre lang sich zerstört, man, Sushido, wer bist du, dass du sowas machen kannst, ehrenlos, man, ehrenlos, man, du der Boss hast sowas, wenn solche Leute das machen, ey, ich werde zum nächsten Thema, man, das ist 6ix9ine und, ihr seid eine komische Olle, ich kann die nicht aussprechen, meine Freunde, ihr wisst doch, Bescheid, man, haben sich wohl getrennt, man, ey, Sixty, ja, Weiber stehen wohl nicht auf 31 und Verräter, ey, Ha, 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 Sixty, du Kleiner, ihr wisst doch, Bescheid, man, auf jeden Fall, Sixty, wir, wir wollen uns doch treffen, man, ich sag's, zwar jedes Video, aber ich fahr US-A und dann, du wirst Bescheid, man, okay, meine Freunde, das war's, wie denn wir füllen, nur zum Pass, aber nur und like mich, meine Freunde, und ciao, man, das war's, wie denn wir writing 이건 ja, das war's, wie das war's, wie denn wir, wir wollen, Vielen Dank.